Die Basic-Strahlgeräte. Beste Technik in freier Sicht. 1 plus 1 ist 3. Die Vorteile der Technik. Die Verbindung zweier Elemente, nämlich die spezielle Venturi-Mischkammer und die Beschaffenheit der Strahldüsen, hier ein Vergleich, bietet Ihnen drei deutliche Vorteile. Erstens, homogen und sichere Oberflächenkonditionierung durch gleichmäßig fokussierten Strahlmittelfluss. Das reduziert die Gefahr von Rissen und Sprüngen in Keramikverblendungen. Gehen Sie hiermit auf Nummer sicher. Zweitens, eine unschlagbare Ersparnis an Strahlmittel von bis zu 80% pro Jahr. Das Gerät hat sich in kürzester Zeit amortisiert und wird damit mittelfristig zur günstigsten Anschaffung. Drittens, ein fokussiertes Strahlen für effektiven Abtrag bei gleichzeitigem Schutz des Objekts. Nutzen Sie ein präzises Werkzeug, um die modernen Qualitätsansprüche besser zu erreichen. Das innovative Perfect-View-Konzept sorgt für Ihre freie Sicht. Mit dem maximierten Sichtfeld entgeht Ihnen nichts und Sie kontrollieren jeden Bereich der Strahlkammer. Die ausgeklügelte Belüftung befreit den Bereich zwischen Strahlobjekt und Anwender von aufgewirbeltem Staub. Dies wird durch die sparsame Mischkammer zusätzlich unterstützt. 4800 Luxe LED-Beleuchtung sorgen für ein ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten, weil Sie damit die feinsten Farbunterschiede erkennen können. Ergonomie für Präzision. Für klare Durchsicht sorgt auch die silikonbeschichtete Scheibe, die eine zehnfach höhere Lebensdauer aufweist als normale Glasscheiben. Effizienz am Arbeitsplatz beginnt mit einer durchdachten Gerätebedienung. Sparen Sie sich unnötige Wege. Die Basic-Familie. Für jede Anforderung das richtige Gerät. Basic Classic ist der günstige Einstieg in die Rennfahrtqualität. Das Zweitankgerät ist zudem das kompakterste, hervorragend für beengte Verhältnisse. Basic Master. Dieses Zweitankstrahlgerät bietet das beste Verhältnis zwischen kompaktem Außenmaß und großer Strahlkammer. Die zusätzlichen Lüftungsschlitze verbessern die Sicht und sind Teil des Perfect-View-Konzepts. Basic Quattro. Wenn Sie mehr als zwei Tanks benötigen, dann ist der Basic Quattro die richtige Wahl. Die zwei Zusatztanks sind im Handumdrehen und ohne Werkzeug montiert. Basic Quattro IS. Für Präzisionsarbeiten, in denen es um komplette Kontrolle der Strahlimpulse geht. Durch lange Nachlaufzeiten erzeugen gängige Wettbewerbsmodelle zusätzlichen und unnötig hohen Strahlmittelverbrauch. Der Basic Quattro IS hingegen verfügt über die Immediate-Stop-Technik und stoppt sofort. Eine technische Finesse schützt das angestrahlte Objekt vor plötzlichen und gefährlichen Initialstößen an Strahlmittel. Der Arbeitsdruck entsteht erst nach dem Betätigen des Schalters. Für die Strahlgeräte wie für alle Rennfahrtgeräte gilt Service Plus. Das heißt, drei Jahre Garantie auf das Gerät, zehn Jahre Ersatzteilgarantie und die Aktivitätsgarantie zur Vermeidung unnötiger Ausfälle. Rennfahrt. Qualität made in Germany.